Auf geht's, winkt nach Nähmüsten zum Umsteigen, Papa? Ja. Da sitzt ja keiner, kann ich ja, darf nur, ich bin für eine Welt hier sitzen. Da ist die Kirche, siehst du, es ist vende, man. Mhm. Nächste Station, Freienol Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Da ist der Küppelberg, glaube ich, da hinten Hinten sind wieder Pferde Jetzt war es gerade ein bisschen fernig, aber egal Ubi, guck mal Ubi an, schnell Ja, aber hast du es gesehen? Ich wollte tanken Guck mal Das ist jetzt Freienol, genau Und da hinten sieht man wieder Pferde Zack Ja, da hinten sind Pferde Und fotografiert Oh, da waren so schöne Graffitis, konnte ich jetzt nicht erwischen Mist Ich habe wieder schöne Pferde fotografiert Ja, da oben ist der Küppelberg Jetzt wird es gegerlos Da war jetzt gerade ein Fluss, aber das habe ich jetzt übersehen Durch den Berg Und da sieht man hier ein Fluss Und das ist jetzt ein Tunnel Ich gebe dir schon mein Bestes, ja Das ist gut gespult, ja Das ist doch eine große Fabrik Der heißt Wofi Und da ist der Fluss, wie ist der? Alter, ist das ja krass Alter, ist das ja krass Das ist der zweite Tunnel Das ist der zweite Tunnel Wie auf der Autobahn sind auch hier zwei Tunnels Da war ein Heiligenhäuschen Kleines, hast du gesehen? Weiß ich auch nicht Was ich überhaupt mit drauf habe Oh Gott Nächste Station Öventrop Öventrop kommt noch vorher an Oh Ich muss ja Da habe ich den Zeitpunkt finden Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Jetzt ist der Fluss halt woanders Schade Da war ja so viele Bäume Jetzt konnte ich das jetzt leider nicht Sorry, 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 sorry Oh Ich muss jetzt den Himmel aufzeichnen Also Richtung Himmel blicken In die Kamera, weil jetzt kommen Leute Jetzt kommen Leute Ist das nicht gut Aber hier ist kein Hier ist ein Einstieg Hier Oder? Okay O Och Das ist eine Kemal Töger 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 Ich muss es hier rüber schwenken. Ihr seht, dass ich in Zutren sitze, Leute. Hier sind Leute, jetzt kann ich wieder drüber. Gratschmann gehabt. Ist meine Tasche zu? Meine Tasche zu? Ja. Das ist ... Das ist meine Tasche zu. Das ist meine Tasche zu. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Armsberg in Westfalen. Sie erreichen alle vorgesehenen Anschlusszüge. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Oh, wir müssen hier jetzt auch mal steigen. Dachte ich schon. Und da seht ihr die Autobahnböcke. Das ist die Megahammer. Ich schwenke sie wieder hier, weil er im Fluss ist. Nämlich muss sie jetzt auch hier wieder schwenken. Sorry, Freude, ich muss erst mal die eine Aufnahme jetzt stoppen, weil die zehn Minuten sind. So.